Zumindest noch ein sehr versöhnliches Ende für Franco Foda in seiner Team-Trainer-Karriere im österreichischen Nationalteam. Man konnte das Spiel gegen Schottland zumindest noch ausgleichen, was auf jeden Fall zumindest irgendwo verbreitet war, obwohl das Spiel jetzt im Großen und Ganzen nicht wirklich gut von Österreich war. Es war nur ein Freundschaftsspiel zwischen diesen beiden Mannschaften, die sich ja schon aus der WM-Qualifikation kennen, wo Schottland es eben weiter geschafft hat und Österreich nicht. Und es schaut ja wieder danach aus, als ob Schottland hier gewinnen würde, aber Österreich schaffte es zumindest im eigenen Stadion vor einer Minuskulisse, das Spiel auszugleichen. Durch einen Moralboost, durch Einwechselspieler konnte man hier zumindest etwas den eigenen Hut vor sich ziehen, aber im Endeffekt war das Spiel nicht wirklich gut von Österreich, Schottland sehr effizient, aber im Endeffekt wieder ein sehr brauchbares Freundschaftsspiel. Wir starten rein in die Partie und Österreich begann mit einer Aufstellung, die natürlich davon gekennzeichnet war, dass Spieler fehlten, wie zum Beispiel ein David Alaba, der nicht mehr da war und auch mit einer Doppelspitze mit Arnautovic und Kalajic, den beiden Stürmern, Schottland mit auch ihrer bekannten Fünferkette, mit einem Andy Robertson von Liverpool, auch einem Chiantini von Arsenal in der Fünferkette drinnen und somit eigentlich eine gespielte Formulation für den Anfang der Partie und die Partie begann auch sehr ereignisreich mit vielen Chancen für beide Seiten, Schottland immer wieder mit gefährlichen Kontern über McGinn oder mit Adams und Österreich konnte durch Arnautovic und Kalajic immer wieder gefährlich fürs Tor kommen. Trotzdem, wie oft und davor, da ging Österreich in Rückstand durch Jack Henry, dem Schotten nach einer wahrscheinlich einstielten Eckballvariante, wo der schottische Verteidiger hier den Ball nur noch mit dem Kopf reinbringen muss, nachdem er verlängert worden war, da sah die österreichische Defensive auch nicht sehr gut aus, Bachmann auch ohne Chance und damit 1-0 für die Schotten in der 28. Minute und mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause und wieder mal ein sehr lustloser Auftritt der Österreich in der ersten Halbzeit. 2. Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild, Österreich auch wieder bemüht, würde ich einmal sagen, und kam wieder zu guten Chancen, vor allem durch Arnautovic und Kalajic wieder, aber trotzdem waren es die Schotten, die das 2-0 machten. John McChin in der 56. Minute mit einem wunderschönen Schuss, der super vorbereitet wurde von der linken Seite und keine Chance für Bachmann wieder und somit 2-0 für die Schotten in einem Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr ging, hätte man von den Österreichern zu diesem Zeitpunkt mehr erwarten können. Defensiv war das einfach nicht genug. Aber Österreich schaffte es dann nochmal in die Partie reinzukommen, durch einen Anschluss von Michael Gregoritsch hat das Team nochmal Hoffnung geschöpft und dann durch alles andere Schöpfe, lustigerweise das 2. Tor gemacht in der 82. Minute, was natürlich ein sehr, sehr schöner Ausgleich war und zumindest für Franco Furt noch versöhnlich. Also die Einwechselspieler haben hier nochmal etwas den Arm versüßt. Was sagt ihr zu diesem Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Schottland? Wie lautet euer Fazit und euer Meinung auf dem Match? Gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare und wie bewertet ihr generell die Trainerzeit von Franco Furt im Nationalteam? Dazu gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Video. Natürlich auch nicht abonnieren und liken vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr freuen und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald und ciao!